So sind alle da, haben es alle gepackt, sind auf der vorletzte Station, da sind wir auch schon alle abgesagt. Ihr wisst bestimmt schon, wo wir sind, ihr könnt es euch denken, ganz unbewusst, wenn wir zu unserem Gefäß da alles schon herlenken. Sind in der Fischerschnurbel, wie das Fängnis in der Garage, wenn man da in der Phase nicht vorbei geht, ist es schon wieder eine Blamage. Es ist immer wieder ein Wunder, wie viele Liter auch da nie passen, sie streben als Herd aus allen Gassen. Der kleine Garage, wenn man rundherum Jahr gerade so ein Auto nie bekommt, sind in der Phase schon mal so 40 bis 50 Liter hin, ganz gekonnt. Die Luft riecht nach Berger und wenns sind voll mit Schädenplakate, von der hintere Theke steht nun Unikate. Einige Regeln gibt es jetzt da und ist ja echt kein Ding, ausdrücklich verboten, wie Stage-Diving. So, ihr könnt euch schon denken, was jetzt kommt, auf Fischern nehmen wir noch einen Schluck, und zwar prompt. So, ihr könnt euch gucken, dass ihr auch weiterkommen, die Reise zur letzten Bar, hätte schon fast begonnen. Bevor ihr euch auf den Weg machen und ihr weiterzieht, würde auch ich mich von euch verabschieden, dass ich euch eine gute Erinnerung blieb. Bleibe lustig, bleibe froh und bleibe gesund. Ein dreifach kräftiges, barriere Rohr, drehe sich zu bunt. 2 4 6